Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf den Film, den Sie gleich sehen werden, können Sie sich wirklich sehr freuen. Es ist einer meiner Lieblingsfilme und es ist tatsächlich der Film, den ich gesehen habe, als ich das erste Mal als Teenager im Kino war. Blues Brothers von John Landis. Dan Aykroyd und John Belushi. Mit großartigen Musikern wie John Lee Hooker, Cap Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin. Ein Film, der die Musik und den R'n'B, den Rhythm und Blues feiert. Die Stadt, aus der ich komme, ist gar keine Stadt, sondern ich komme ja vom Land, in Niedersachsen, also im Norden Deutschlands. Und da hatten wir eben dieses Kino, das war an der Kleinbahn. Und das hatte auch so ein bisschen so ein, wie soll man sagen, so ein Dark Ambiente irgendwie. Ich glaube, eigentlich war das ein Porno im Kino und manchmal guckte man dann da auch so andere Filme und ich sah da dann Blues Brothers und das war wirklich eine Erleuchtung, muss ich sagen. Und wenn man traurig ist, dann kann man sich Blues Brothers anschauen. Danach ist der Tag gerettet. Haben Sie viel Spaß noch. Tschüss!